Guten Abend! Willkommen in diesem Live! Ich bin Anna, ich bin 44 Jahre alt und Mutter von Riccardo und Damiano. Heute Abend hören wir die Geschichten vieler Menschen, die ihr Leben durch Network Marketing verändert haben. Ich freue mich, Ihnen Alexandra vorstellen zu können. Willkommen Alexandra! Einen schönen, wunderschönen guten Abend! Ich bin die Alexandra und bin ganz, ganz, ganz total happy, hier dabei zu sein und mich vorstellen zu können und ihr halt erzählen, was ich in diesen Jahren halt gemacht habe. Ich bin eine Mama von 39 Jahren alt, habe drei Kinder, eins von vier, sechs und zehn Jahre alt. Also ich bin ganz, ganz, ganz nicht so neu im Business, aber ich liebe das, was ich mache, weil dank meinem Wohlfühlbody damals, da ich mich ja nicht so gut drin wohlfühlte, habe ich mich entschlossen, ein Programm zu machen und dabei habe ich dann andere Mamis und andere Damen geholfen. Und damit bin ich auch im Network reingekommen und dann habe ich gesehen, dass es für mich eine sehr, sehr schöne Chance war, meine Familie zu begleiten und meine Kinder halt nicht immer irgendwo alleine zu lassen. Und deswegen bin ich jetzt seit dreieinhalb Jahren im Network und ich bin ganz glücklich, weil ich meine Kinder aufwachsen sehe und kann auch von zuhause aus oder auch von worldwide halt arbeiten zu können. Und das macht mich wirklich froh. Und das dabei den anderen Leuten mitzuteilen, für mich ist das was ganz Schönes, weil ich denke, dass viele Mama und viele Mamis halt so einen Job halt haben möchten. Und das wäre halt auch eine Chance. Ich möchte jetzt die Simona Cirioni euch kennenlernen lassen. Eine Dame, eine Mama, die nicht Deutsch kann, aber ich dolmetsche sie und sie hat eine ganz, ganz schöne Geschichte. Simona, buonasera, 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 grazie per l'invito, sono qui stasera mi hanno chiesto di raccontare la mia storia, Also, die Simona ist hier um ihre Geschichte zu erzählen und sie ist eine Mama von drei Kindern. La mia storia inizia quattro anni fa, quando avevo problemi economici. Io ero in un inserviente Mensa e lavoravo nel ristorante di mio marito. Sein Netzwerk hat vier Jahre hier angefangen, als sie schwierigkeiten hat, geldschwierigkeiten hat, heranzukommen. Sie war eine Helferin in der Kinderküsche. Sie hat damals auch Mutter von Oma und Opa halt, wurde sie sehr viel geholfen, aber sie kamen trotzdem nicht voran. Sie hat damals einen Freund in gemeinsam mit ihrem Mann gehabt und dieser Freund hat ihr dieses Netzwerk halt kennengelernt gelassen. Ja. Ho iniziato senza nessuna competenza, non ero iscritta neanche in social, non sapevo neanche farmi un selfie, però avevo tanta tanta voglia di cambiare la mia vita. Quindi mi sono messa sotto, ho cominciato a lavorare in maniera stancabile. Sie hatte damals kein Facebook, kein social media. Sie konnte überhaupt kein selfie machen. Sie wusste überhaupt nicht, was das heißt, ein Foto zu machen. Aber sie hat daran geglaubt ihr Leben zu verändern. Sie hat, nach einem Jahr, ist sie von dieser Situation, von dieser schwierigen Situation, hat sie es geschafft rauszukommen. Sie hat ein besseres Leben jetzt. Aber was da dran das Wichtige ist, dass sie es geschafft hat mit Liebe und mit sehr viel Determination das zu machen, damit sie ein schöneres Leben führen kann. Was sie damit bekommen hat und erreicht hat ist die Zeit. Die Zeit mit der Familie, die Zeit mit seinen Kindern und auch am Essen, am Tisch Essen, alle zusammen zu können. Und das war für sie sehr wichtig. Sie hat sich auch sehr wichtig. Sie hat sich auch sehr, 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 sehr. Ich habe noch nie mehr Zeit, am Ende Ende des Jahres und zu kaufen, am besten zu denken, 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 zu denken. Das war für mich, das war, was ich früher nicht zu machen. Ich habe immer gesagt, dass ich immer noch nicht zu denken. Und eine spezielle Sache, die ich gesagt habe, hat mir so großartig gemacht, dass ich mich entschieden habe, um die Dinge zu ändern zu können. Sie hat ihren Kindern immer Nein gesagt. Sie konnte eine Kleinigkeit nicht kaufen. Und das hat ihr sehr weh getan, weil jedes Kind, als sie gefragt hat, Mama, kann ich mir das kaufen? Bei ihr war das immer ein Nein gewesen, weil sie das nicht kaufen konnte. Jetzt lebt sie ruhiger, jetzt hat sie ein Leben, dass sie mehr ruhiger ist und sie lächelt auch mehr, weil sie das jetzt auch mehr kaufen kann. Das ist eine Aktivität, die ich wirklich glaube, sehr viel, weil ich glaube, dass jeder kann. Jeder hat eine reale Wille für eine Transformation. Nur das ist. Denn wenn ich es geschafft habe, dass ich wirklich, dass ich von unter zero bin, kann jeder das machen. Dieses Business kann jeder machen, weil wenn du eine wirkliche Situation hast, die du rauskommen möchtest oder du möchtest ein besseres Leben durchführen, für Simona war das sehr wichtig, weil sie es damit geschafft hat. Sie führt jetzt ein schöneres Leben und sie führt jetzt auch ein besseres Leben. Aber was das wichtig ist, dass das jeder machen kann. Sie ist sehr dankbar für die, was sie halt gemacht hat in diesen Jahren und was sie geschafft hat zu machen. Und warum sie das auch gemacht hat, weil sie denkt immer, was sie damit erreicht hat. Und jedes Mal, wenn sie aufwacht, sie ist wirklich nur dankbar und sie sagt, das ist mein Leben. Also mit der Angst kann man dieses Business machen. Die Angst, die ist dabei. Die Angst, das ist normal. Aber mit der Angst erreicht man auch ganz viele schöne Sachen. Man wächst, man wird sicherer und man erreicht wirklich ganz viele Sachen. Simona bedankt sich, danke. Ich danke dir. Simona, wenn ich deine Geschichte höre, ich habe immer eine ganz viel Gänsehaut und ich kenne sie auch gut. Ich weiß das. Aber danke, grazie Simona. Grazie a voi. So, und jetzt möchte ich die Antonella hören. Sie ist eine Mama, Italiener und auch Deutschin, aber sie spricht alleine, weil sie Deutsch kann. Ja, ich möchte erstmal sagen, dass ich gerade die Tränen in den Augen hatte über die Situation von Simona. Ich denke, jeder von uns hat so sein eigenes Schicksal und wichtig ist, den Weg zu finden, um selber mit sich glücklich zu sein. Und das war ich halt nicht mehr, weil ich auch Mutter bin von einem kleinen Junge, der drei Jahre alt wird. Und ja, ich war ja früher immer sehr gepflegt und habe mir immer viel Zeit für mich selber genommen. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich das nicht mehr hatte. Und so habe ich dann eines Tages bei Facebook einfach so mir die Post angeschaut und dann habe ich dich gesehen, Alessandra. Und du bist mir direkt aufgefallen, aber nicht nur wegen deiner Schönheit, sondern wegen deiner Ausstrahlung. Ich habe gesehen, dass du einfach dieses Glücklichsein in dir hattest, was ich verloren hatte. Ja, und somit habe ich halt entschieden, dich zu kontaktieren. Und ich bin dir auch sehr dankbar darüber. Ja, und so fange ich gerade meine Umwandlung an. Und ich merke, ich war immer sehr gestresst und jedes Mal habe ich zum Essen gegriffen. Und das wollte ich nicht mehr. Und wir wissen ja auch alle, ihr seid ja alle Mütter, wenn wir gestresst sind, übertragen wir das unseren Kindern. Ja. Und ich hatte immer das Gefühl, dass mein Sohn auch sehr nervös war und dass der auch mal laut wurde. Und seitdem ich das mache, pflege ich mich mehr. Ich gucke mich an und sehe mich schöner. Mein Sohn sagt auch immer, Mama, du bist so schön. Ja, und das Allerwichtigste ist einfach diese Ruhe in sich zu finden. Genau. Das ist das. Und ich denke, wenn man das findet, dann kann man auch alles erreichen. Bravo. Und so wie wir das machen, können das auch ganz viele machen. Nur die brauchen dieses Input, diese Inspiration, dass jemand vielleicht von uns auch sie führt, so wie du mich geführt hast. Ja. Danke, Antonella. Danke. Gerne. Du hast mich... So, jetzt ist auch die Angela dran. Ich habe voll die Tränen, aber ist okay. Aber es ist ja auch schön so. Antonella, ich danke dir. Sehr gerne. Ich kann mich auch die Angela hören. Angela Farashi ist eine ganz junge Mama auch wie uns. Und sie erzählt seine Geschichte selbst, weil sie selbst auch Deutsch kann. Und ich lasse dir das Wort, Angela. Das Mikrofon. Hallo? Ja. Ja, sehr schön. Ja, ich habe auch durch Alexandra... Ich habe sie auch sehr gefolgt. Vor drei Jahren circa fing das an. Ich habe sie irgendwie immer angeguckt und gesagt, das Mädchen kennst du doch irgendwo her. Die ist... Die ist... Die kommt mir so bekannt vor. Und dann habe ich sie angeschrieben und habe gesagt, hör mal, ich möchte gerne wissen, was du gerade machst, weil ich sehe immer diesen Strahlen in deinem Gesicht und möchte mehr erfahren von dir. Ich habe dann am Ende erfahren, dass es mal eine Klassenkameraden von einer alten Schule von mir war. Und da habe ich gesagt, nee, jetzt ziehst du das durch. Da hat sie mich neugierig gemacht und ich habe gesehen, ihr geht's gut. Und ich habe mich in der Zeit nicht so gut gefühlt in meinem Körper und habe gesagt, du kannst mir helfen? Wie komme ich da durch? Und so habe ich sie die ganzen Jahre gefolgt und habe meinen Lebensstil auch geändert. Das heißt, ich bin jetzt mittlerweile so in diese Gruppe mit reingekommen, weil ich mich jetzt gut fühle mit mir selber. Und für mich ist das wichtig, weil ich bin selbstständig mit meinem Mann und habe auch eine Pizzeria und aber etwas hat mir gefehlt. Ich wollte etwas machen, was mich glücklich macht. Vor allem, wo ich mich auch gut fühle in mich selber. Und das hat mich dazu gebracht, auch was für mich selber zu machen, um mich zu verändern. Ich sehe mich jetzt auch in den Spiegel und bin glücklich, weil ich hatte das Bedürfnis, etwas zu ändern, weil das hat mich richtig auch gestresst, nervös gemacht, auch auf der Arbeit. Ich habe gesagt, ich will etwas machen, was mir auch richtig Spaß macht und wo ich mich drin gut fühle. Und das ist, was mich verändert hat. Ich bin super glücklich jetzt. Diesen Strahlen haben auch meine Mitarbeiter merken, Angela, du hast dich verändert. Du siehst gut aus und du strahlst richtig. Das hat dir immer gefehlt. Du warst nicht glücklich mit dir selber. Und ich bin jetzt froh, dass ich das auch anderen weiterleiten kann, weil das ist so ein schönes Gefühl, sich mit dir selber klar zu kommen. Und das ist unglaublich, das Gefühl, was ich in mir habe. Das muss man selber spüren. Also das hat mich überwältigt und ich möchte gerne auch die anderen damit zu bringen, weil das sind viele Mädchen, die trauen sich erst gar nicht, den Schritt zu machen. Und das ist sowas Schönes für mich. Ich würde das nie wieder zurückgehen wollen. Also das ist für mich wieder aufgestanden. Ich habe mehr Selbstwertgefühl. Ja, Angela, und das ist das Wichtigste daran, weil Anna, Simona, du, ich, Antonella, wir haben damit angefangen und daran haben wir uns auch ein Business aufgebaut. Und dieses, auch wenn es klein ist, und Simona hat eine schöne Geschichte, aber damit fängt man an. Und das ist meine Inspiration, weil sie hat den gleichen Job gehabt wie ich. Und das ist das, was ich gerne haben möchte. Ich möchte mehr Zeit für meine Familie, meine Kinder. Ich verbringe sehr viel Zeit auf der Arbeit. Und das ist das, was ich ändern möchte, weil ich möchte, dass mit meinen Kindern viel Zeit verbringen, was mir zurzeit halt auch sehr viel fehlt. Und das ist das, was ich auch erreichen möchte. Wie ihr auch, weil für mich seid es, Simona, auch du, meine Inspiration. Und ich finde das so schön, dass ihr so viel Zeit mit eurer Familie bringt. Und das habe ich jetzt Tag zu Tag auch geändert. Ich habe meinem Mann gesagt, ich möchte mehr Zeit haben für meine Familie. Ich möchte etwas machen, was mir Spaß macht. Vor allem, es macht mir sehr viel Spaß, weil ich sehe, ich kann anderen Leuten helfen, die das Gleiche spüren, was ich auch habe. Und ich fühle mich in meinem Körper wieder gut. Also, das ist unglaublich. Dieses Gefühl muss man selber spüren. Ich bin total glücklich. Du hast so glücklich gemacht. Anna, das ist total der Hammer. Anna, hörst du mich? Ich möchte, dass die anderen das auch spüren. Dieses Gefühl, was du mir weitergeleitet hast, versuche ich Tag zu Tag auch den anderen Leuten weiterzuleiten. Weil das ist, wenn du mit dir selber dich gut fühlst, dann kannst du es auch allen anderen weiterleiten. Ich war früher immer so nervös, auch gestresst, auch auf der Arbeit. Ich nehme alles jetzt gelassener. Weil das, was ich mache, mir auch Spaß macht. Und ich mache das sehr gerne. Ich habe meinem Mann gesagt, ich fühle mich jetzt gut. Ich mache endlich etwas, was mir auch wirklich Spaß macht. Und das mache ich Tag und Nacht sogar nachts durch. Ihr seid der Hammer. Also ihr müsst wissen, Anna, das musst du auch wissen, dass Antonella sagt immer, ich bin nicht so müde. Und dann ist sie ein Wasserfall. Sie spricht, sie spricht, sie spricht. Wirklich, es ist der Hammer. Die Angela, wenn ich sie höre, sie ist ganz locker und so easy. Und dieses Business, das hat sie umgehauen. Das war das. Ich bin total, ich bin total glücklich. Und ich danke dir, Anna. Danke, Simona. Danke, Antonella. Danke, Angela. Und ich möchte euch sagen, wer euch diese Zoom gezeigt hat, bitte geht an dieser Person und seid dankbar und sagt, dass ihr auch mal anfangen wollt. Das ist das Richtige. Wenn du das spürst, dann ist das was Richtiges für dich. Das stimmt. Das stimmt. Ich danke dir. Danke dir. Anna. Guten Abend. Einen schönen Abend. Einen schönen Abend. Einen schönen guten Abend. Tschüss. 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 Buona notte. Buona notte. Ciao. Ciao. fest. Tschüss. Wow. Farf.